Ich glaube, sie kommt wieder zu, sich. Hallo. Ja, sie wurden eben eingeliefert in die Notaufnahme. Sie sind eben draußen bewusstlos geworden. Und sie haben eine kleine Platzwunde am Kopf, die von mir jetzt gleich versorgt wird. Aber als allererstes gucke ich mal in ihre Augen, ob da alles in Ordnung ist. Und wir messen Blutdruck und ich höre ihnen auch das Herz mal ab, ob alles okay ist. Wir machen nur ein kleines EKG, okay. Prima. Aber erstmal ganz entspannt sein. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen, kleinen, kleinen... Seht es? Ja. Ich halte ihnen mal ein Auge zu. Okay. Puppeln weiten sich nochmal. Folgen sie mal. Htm-Licht. Perfekt. Und unsere Seite nochmal abdecken. Und unsere Seite nochmal abdecken. Können sie sich erinnern, was passiert ist, weil sie unmächtig wurden? Okay. Ja, das kann auch manchmal unter Zockerung sein, wenn sie zu wenig gegessen haben. Dass der Kreislauf dann ein bisschen verrückt spielt. Aber wir gucken uns das an. Ich höre sie jetzt erstmal ab hier. Ganz entspannt. Gut. Atmen Sie mal tief rein. Das hört sich für alles erstmal ganz gut an. Ja, jetzt möchte ich sagen, müssen wir nochmal... Blutdruck. Weil meistens ist es so, dass man gerne niedrigen Blutdruck hat. Ich ziehe die Mandschette gerade mal um. So, wir starten das jetzt mal. Okay. Der Blutdruck ist 125 zu 75, also absolut normal. Da sind keine Auffälligkeiten. Genau. Also ich versorge jetzt hier erstmal ihre Platze von da am Kopf. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen sie weiter zu meinem Kollegen zum EKG. Okay. Aber wir machen jetzt erstmal ihre Funde sauber. Und ich gucke mir das mal alles in... Jetzt wo so das Blut ein bisschen weg ist, das ist gar nicht so groß. Also so groß ist die Platze von da am Kopf nicht allzu tief. Ich habe eine kleine Narbe auf der Stirn. Und wenn ich ein wenigstens fest schreie? Wenn ich sie hier mal zu tief verschrei – das ist gut hier –, wie lange es auch nicht passiert. Ich habe mich mit den Schwellen. Ich bin auf die Schwellen. Ich bin auf die Schwellen. Jetzt haben wir schnell genäht. Da ist auch nur noch ein bisschen Blut dran. Ich werde ihnen dann so eine kleine Kompresse ausleben. Noch mal zum Blut stellen und dann wird es nur geklebt. Also wir machen da kein Wind, wir werden es auch gar nicht nähen. Noch mal einen kleinen Druckverband, für ein paar Minuten schalte ich es so drauf. Ja und sie können sich gar nicht erinnern, wie das an Malheur passiert ist. Außer, dass ihnen schlecht geworden ist. Machen sie im Moment eine Diät? Haben sie zu wenig getrunken? Ja, das ist natürlich nicht so fein auf den Sternenwagen. Und wir haben ja immerhin schon 15 Uhr und kaum was getrunken. So, prima. Da kann der Kreislauf schon mal ein bisschen... Verrückt bitte. So. 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 Das wird kühlen. So. 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 Das lindert noch ein bisschen an den Schmerz. So, ich ziehe jetzt mal kurz meine Schuhe aus, wenn sie so entspürt. Ich hatte meine Hände gerade auch desinfiziert. Ich werde das jetzt kleben, ihre Wunde hier. Das wird mit so Pflasteren gemacht. Das hält dann auch zusammen, weil da brauche ich ganz lange zu machen. So, eins haben wir schon. Du, eins. Prima. Und das ist halt so großes Reis, da auch schon. Ein drittes. Jetzt mache ich noch mal kurz von dem Spray drauf. Und das geht umbilanzös. Okay. Und das geht wieder. Ese geht dann, wer ich zum Beispiel. Oh. 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 Okay, das ist ja. Oh. Oh. das sieht soweit ganz gut jetzt aus perfekt und das sind Schmerztabletten die gebe ich Ihnen mal so ein Blister mit die nehmen Sie aber bitte nur wenn es wirklich nicht mehr auszuhalten ist ok so bitte sehr prima also bei mir wären Sie jetzt fertig und ich würde Sie bitten jetzt in den dritten Stock zu fahren da gehen Sie auf die Station C3 und dort gehen Sie zu einer Kollegin von mir und die wird Ihnen noch ein EKG schreiben ja und wenn das EKG in Ordnung ist dann können Sie auch wieder nach Hause ok prima dann alles Gute bleiben Sie gesund und ich hoffe nicht bis zum nächsten Mal